hallo lebt ihr noch scotty nein ich soll ihn beamen dann machen wir das wir haben jetzt zu wenig also neue taschenlampen weg das war das nein du drückst an ihn aber warum Hör auf, hör auf! Kevin Deismann! Skipp, Kevin! Was ist denn hier? Nein, ich bin so schön gemacht. War das? Oh nein! Was ist mit dir? Geh doch weg! Nein! Doch! Warum? Scheiße, die Lampe! Ja, die Lampe, daran hab ich auch schon gesagt. Das Vieh war freundlich. Das war freundlich. Was war das hier? Muli Muli oder wie die immer sagen? Muli Muli? So eine aufrechte Kakerlake. Ja, Muli Muli. Irgendwie so. Das Vieh hat die Taschenlampe genommen. Das Vieh hat die Taschenlampe genommen. Das Vieh hat die Taschenlampe genommen. Einmal! Doch, Mann! Holy Moly! Es hat mich gerade so bekommen. Ja, Robert? Ja, hier. Hallo? Ja, ja. Ich weiß nicht mehr, wo der Ausgang ist. Hier! Mit meiner Stimme folgen. Oh, Kevin hat die Taschenlampe genommen? Oder ne? Ich? Was? Wie jetzt? Warum das? Weil Kevin rüber gelaufen ist mit seinem Kassiergerät. Warum hat Kevin abgestimmt, dass wir fliegen? Ja, meine Verreckung ist. Warum macht er das? Alter, hier. Was machen denn die Viecher? Was machen denn die Viecher? Hier liegt Kevin. Dann teleportieren wir einfach rein, oder? Mach doch neun Minuten. Mach keine. Vier. Er hebt jetzt ab. Ich weiß. Nein! Nein! Toretz! Ich hatte so viel! Kevin! Aber das verstehe ich nicht. Warum kann ich alleine abstimmen, wenn ich zut bin? Na, weil du dann sagst, es lohnt sich nicht mehr. Wir hauen ab. Aber wir haben es geschafft. Wieso? Alter. Ich verstehe ich aber nicht. Ich habe doch nur rechts oben abgelaufen. Ich dachte... Ich dachte, da kommt irgendwie noch ein Countdown. Wir haben gerade so genug. Wir haben gerade so genug. Ah ja, ganz knapp. Habt ihr nicht hier die Geldbörse? Nein! Hattet ihr wieder keinen Bock drauf? Nein? Wir hatten keine Zeit mehr, weil nur keiner meinte, ich muss abstimmen. Der da zum Beispiel. Was macht der denn da? Ich weiß es nicht. Das ist ein Easter Egg. Was? Du? Na komm weg! Hm? Da 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 da! Da hinten! Ja. Ja. Da liegt ein Easter Egg. Ja, ja. Der runter ist da. Nein! Nein! Der erste ist jetzt rot. Äh... Ist er runtergefallen? Was? Da soll ich raufhopsen? Jo! Nein! Mach's einfach! Scheiß auf Gott! Die Gottstürme! Die ganze Backplane! Hast du das gesehen? Ausgeländen! Ausgeländen! Er spricht! Er spricht! Oh mein Gott! Tote Menschen! Springen! Ich will auch! Warte! Warte! Ich höre tote Menschen! Äh! Hh-h-ha-ha! Das geht nɪ! Ihr müsst alixens durchs Loch! Ne! Fort weiter weg! Mit Anlauf! Gegenspringen! Wo kommt der hier? Arіс! Oh, 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 oh... Ohho! Ohhohohohoho Ohohohohohohohohohohoho! ähänähänähänähänähänähän! Oh nein! Hallo? Hallo? Hilfe! Hilfe! Was denn? Habe ich eigentlich noch was auf dem Kopf? Ne, was war das? Das war mein Viech. Na super. Ja, er wollte nicht wieder gehen. Willst du spielen? Du musst mir leuchten, so wirklich. Ähm, rausgehen können wir, ne? Ja. Ah, guck mal, hier steht ja noch nicht der Preis. Das könnte ja richtig viel sein. Hör auf. Mach mal gleich. Oh, ja. Was? Da war ich doch. Da waren 547 Tacken in diesen scheiß Maräten. Warte, tut rein. Start der Brücke. Oh nein. Nein. Jungs, da ist Riesen. Es kommt. Riese, komm zurück. Komm zurück. Wer in der Brücke da ist. Kevin ist das. Kevin, komm. Rein. Schnell rein. Da pisst du doch. Oh. Nein. Raus mit dir. Lass die Tür doch raus. Nein, raus. Zerbebette hier. Oh. Ja. Ich bin fast tot. Ich bin auch fast tot. Das ist krass. Du hast jetzt für nichts bezahlt. Das ist insgesamt riesig. Ja. Ah. Kevin. Ah. Ja. Das hat doch keinen Sinn oder was. Ne. Ich mach jetzt am Computer. Was soll denn was machen können? Ja. Also angeblich ist hier ein Valley von 2080 auf dem Planeten. Boah. Ein Schild. Herr Fried, mach eine erstmal raus. Sag mal, habt ihr auch so viele Schilde? Wir haben zwei Stücke, jeder. Ich hab drei Stücke. Was fürpline. Überrasch! Oh man. Alter, was ist das denn? Hallo? Kevin, die Viecher sind gefährlich. Ich weiß, sie nehmen dich und fliegen nicht hier weg. Ja, die sind hier abgef... Oh, man. Was ist das hier schon wieder? Das ist mein Bruder. Es sind noch 10 Items da, mit 519. Mach, wenn du willst. Du willst nicht mitkommen, ja? Ne. Kevin, du musst gleich forten, forten mich. Ja! Der hat mich schon gefressen. Meinst du etwa der Kürbis? Der Kürbis ist geschlüpft. Das Erd kommt aus dem Kürbis. Na klar. Da. 100 mehr. Was ist mit hier? Ne. Ach du Arnces, ey. Oh ja, das ist geil. Resident Evil. Oh Gott, ey. Oh! Alle noch da. Alle noch okay? Jo. Kann man das einsammeln? Oh. Nein, kannst du nicht. Unten geht's weiter, ne? Oh, Toilettenpapier! Kevin, setz die Maske auf! Kevin, Maske auf! Ich hab Klopapier! Komm auf! Was ist das? Was ist das? Was ist das? Ach du Scheiße! Was ist das? Oh, dieses Toilettenpapier! Wird grad gefressen. Hm. Scheiße. Das sagt gar nichts! Ich hab's schon gehört von Weitem. Oh! Wow! Ey, ihr könnt durchlaufen. Was? Was? So, jetzt! 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 Schnell! Es guckt weg! Komm! Aber können wir das nicht mitnehmen? Nee, leider nicht. Oh! Seid ihr beide jetzt tot? Nee, oh! Robert ist weg! Komm, Kevin! Wir gehen! Warte! Warte! Warte nochmal! Hier! Warte! Ich muss gucken, wo du bist! Wo bist du? Hier! Robert ist bei mir grad durchs Bild geschossen. Ja, der wurde da irgendwo weggezogen und gefressen. Denn nachher gibt's erstmal einen Tee. Ja, das ist auch ein richtig kleiner, süßer als das. Da ist auch nochmal weg. Nimm mit. Was hast du da? Einen Ball. Und die Lampe dabei an? Ja, ich weiß auch nicht. Wir kommen in Joe. Aber die Teekanne... Mach ich hier, nehm die Zigaretten. Hätte jetzt auch so mitschießen können. Hier, Plätze hin gibt's nachher. Ja. Und dazu gibt ein Tee. Oh! Da ist er ja. Abfahrt. 300. Da ist er ja wieder. Na ja. Hallo. 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 Da ist auch walkie-talkie. Weiß mal walkie-talkie aus. Was? Alter, mit'n Aufzug. Oh, der ist aber ganz schön klein. Oh! Ja, ich drück mich mal hier rein, ne? Oh! 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 Das ist gut. Oh! Ja, 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 ja. Ich hab' auch. Oh! Oh nein. Ich fäng' weg. Käm' drück' weg. Weg! Weg! Das ist nicht fett weggeknuspert. Oh nein! Ist das ein Müll, game. Der ist drin im Aufzug gewesen. So ein Schwachse. Wir haben nicht mal Platz für drei. Oh! das finde ich super, dass ihr auf einen beharrtet ich hab nicht gedrückt ohhh hier ist einfach gar nichts naja, aber wir können ja nicht mehr zur Company es ist sowieso vorbei ach genau so nein, wenn wir euch gearbeitet haben willkommen zu unseren disciplineren Passagen tschüss